Ihr müsst nicht schreien so deutsch werden, keine Angst, es ist eigentlich ein abgefragtes Deutsch. Es hat so eine ganz tolle Stelle im Refrain, das ist so ein bisschen fast wie Joden. Und wenn ihr das mitsingen würdet, würde das tausendmal besser klingen, als wenn ich das alleine mache. Und das geht Leute machen. Hey yo, hey yo! 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 Super, also jedes Mal, wenn ich euch ein Zeichen gebe, kommt dieser Teil. Der du von den Bergen! Hey yo, hey yo! Hey yo, hey yo! Stimmt von der Aufer! Der du von der High! Hey yo, hey yo! Stimmt von der Aufer! Hey yo, hey yo! Hey yo, hey yo! Stimmt von der Aufer! Stimmt von der Aufer! Hey yo, hey yo! 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 Hey yo, hey! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.